Im Wartezimmer Gottes. Warten ist das halbe Leben, so sagt es ein Sprichwort. Aber ist das auch so? Wir warten bei so vielen Dingen im Leben. Einige warten ja ihr ganzes Leben auf den richtigen Partner. Eine Studie vor einigen Jahren fand heraus, dass wir ca. 4,5 Jahre unseres Lebens nur mit Warten verbringen. Mann oder Frau wartet an der Ampel, am Automaten, im Bahnhof, am Flughafen, im Stau, an der Haltestelle des öffentlichen Transportverkehrs. Beim Arzt, an der Kasse, vor der Mikrowelle und last but not least beim PC, wenn er hochfährt. Je nach Lust und Laune, je nach Situation und Persönlichkeit nutzen wir diese Wartezeit mal mehr und mal weniger effizient. Und deswegen mein Thema im Wartezimmer Gottes. Auf jeden Fall braucht man in jeder Warteschlange einfach immer viel Ausdauer. Gerade im Wartezimmer beim Doktor kommt einem die Zeit oft doppelt so lang vor. So geht es mir auf jeden Fall. Die Zeit vergeht einfach nicht. Und es ist ein Warten, bis der erlösende Aufruf kommt mit meinem Namen. Mein erster Aspekt also, warten lernen. Warten hat im erheblichen Maß etwas mit Ausdauer zu tun. Ausdauer, Ausharren, Warten. Das gehört in unserem Alltag hinein. Und das finden wir auch schon in der Bibel, in Gottes Wort. In 2. Petrus 1, Vers 5 und Vers 6 heißt es dazu, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Und im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Wartest du eigentlich gerne? Die meisten Menschen tun das ja nicht so gerne. Also ich auch nicht. Ja, sie sehen diese Wartezeit als absolute Vergeudung an. Noch schwieriger wird es, wenn wir auf Gott warten, auf sein Eingreifen in unsere Situation jetzt und hier. Ach, warum, Herr, greifst du jetzt nicht ein? In diesen Streit, in den Krieg, und da sind wir ja gerade hochaktuell, in das Verbrechen, in das Leid. Kennst du solche Fragen? Es hilft aber, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott einen Grund hat, warum er uns oft warten lässt. Er ist dabei, uns Ausdauer beizubringen. Ausdauer ist also ein notwendiger Bestandteil auf dem Weg hin zur göttlichen Natur. Der Natur, die liebt, wie Gott es tut. Und hier müssen wir uns wieder ganz neu in die Schule der Ausdauer begeben und lernen und üben. Es braucht also den göttlichen Charakter. Mein zweiter Aspekt im Wartezimmer Gottes ist der göttliche Charakter. Göttlichen Charakter bekommen. Paulus hat darüber in Römer 5, die Verse 3 bis 5 geredet. Dort heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Und die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der bewährte, göttliche Charakter. Es braucht seine Zeit und Ausdauer, bis unser Charakter getestet und bewährt werden kann, dass wir von dem göttlichen Charakter sprechen können. Geistliche Charakterbildung passiert nicht so einfach über Nacht. Das ist wie im richtigen Leben. Auch da haben wir auch unseren Charakter nicht irgendwie so auf Zuruf erhalten. Hier braucht es auch Zeit, Korrektur und eine ganz große Menge an Durchhaltevermögen. Der Jakobusbrief spricht davon, wie wertvoll Durchhaltevermögen gerade bei der geistlichen Charakterbildung ist. In Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 heißt es, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes, ein perfektes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und das ist mein dritter Aspekt im Wartezimmer Gottes. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen haben das perfekte Ergebnis, wenn wir Durchhaltevermögen gelernt haben auf dieser Erde, werden wir erst erreichen, wenn Jesus uns nach Hause holt. Dann, dann werden wir perfekt und vollständig sein. Es wird uns an nichts mehr fehlen. Aber bis dahin ist Üben angesagt. Und zwar jeden Tag. Durchhalten. Nicht bis zum Abwinken, sondern bis er kommt. Und bis dahin macht ihr diese Worte aus dem Jakobusbrief noch einmal ganz bewusst. Perfekt, vollständig und kein Mangel. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes himmlische Aussichten. Wenn die Zeiten heftig sind und die Dinge nicht so laufen, wie wir, du und ich es gerne hätten, dann halt durch. Philippa 2, Vers 13, da heißt es, Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und in Sprüche 16, Vers 3 heißt es, Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Auch wenn du es nicht sehen kannst, auch nicht spürst, Gott ist am Arbeiten. Er arbeitet gerade auch an dir. Also heißt es für dich und mich im Wartezimmer Gottes Warten lernen, göttlichen Charakter bekommen und Durchhaltevermögen haben. Und denk dran, im Wartezimmer Gottes sitzt man niemals vergebens. Amen. 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 Vielen Dank.